Es ist wunderschönes Wetter, es regnet nämlich gerade nicht und ich stehe jetzt hier mit Sven Regner und Jakob Illya von Element of Crime und ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, ihr feiert in diesem Jahr mit Element of Crime 30 Jahre Bandgeschichte. Habt ihr gefeiert? Ne, das war glaube ich im Frühjahr. Ich glaube im März hatten wir uns 85 gegründet. Nö, wir sind nicht so die Jubiläumsfreaks. Ich feiere auch meine eigenen Geburtstage nicht. Also ich habe dann irgendwie, auf dem Ohr bin ich taub irgendwie. Jakob, du warst aber auch von Anfang an dabei, nämlich die anderen aus der Band halt nicht. Wenn du wirklich an 1985 dich mal zurückerinnerst, wie war das damals? Worauf bezogen? Naja, Anfang der Band, überhaupt so das Lebensgefühl und mit welchem Anspruch seid ihr damals halt auch rangegangen, um Musik zu machen und was wolltet ihr damit erreichen? Ich glaube, das ist eigentlich ganz banal gewesen. Wir hatten ja in der Band vorher halt neue Liebe und wir haben versucht Aufnahmen damit zu machen. Wir haben drei Nummern aufgenommen und die klangen alle nicht. Die einzige Nummer, die was war, das war eine Nummer von Sven, Going with a Stranger, kam dann auf der zweiten Platte raus. Und dann haben wir gesagt, Moment, das funktioniert so nicht. Sven soll singen, wir machen was anderes. Und das war der Beginn. So banal ist das eigentlich gewesen. Und jetzt haben wir 2015. Gut, man könnte zurückblicken auf 30 Jahre Element of Crime, aber wir leben im Hier und Jetzt und sind jetzt hier am Weißenhäuser Strand. Ein Ort, den du wirklich ja sehr gut kennst, weil du auch als Buchautor im letzten Jahr hier warst mit Element of Crime, warst du aber auch schon mal hier. Wie empfindest du dieses Festival und dieses Konzept? Das ist ja ziemlich einzigartig. Ich glaube, wir spielen sowieso gerne in Zelten. Wenn so festivalmäßig, fast lieber in Zelten als Open Air. Open Air ist okay, aber oft auch sehr, sehr groß dann. Das verliert sich alles so. Aber in Zelten ist noch was von diesem kompakten Club- und Hallending und so. Man hat mehr vom Licht. Ja, du bist von Anfang an. Du musst ja bei Open Air warten. 21 Uhr, dann hast du Curfew, eine halbe Stunde später. Dann ist das Konzert schon wieder vorbei. Also Zelte sind schon toll. Und wir haben in Berlin das Tempodrom, was ja auch, also bevor es in Stein war, war ja auch ein Zelt vor Jahr. Und das war immer gut, da zu spielen. Ja, und das ist eine coole Sache. Und das ist halt auch irgendwie toll für die Leute, dass man eben auch diese Jahreszeit das auch machen kann. Weil ich meine, im Sommer ist sowieso einfach, den Tag rumzubringen. Aber bei diesem Wetter kann man trotzdem mit mir herkommen, das machen. Ich finde, das ist schon eine gute Idee. Und das ist eben sehr, weil es eben auch so ein bisschen ab vom Schluss ist, so sehr auf Musik fokussiert. Das finde ich irgendwie toll. Musik spielt die absolute Hauptrolle. Das finde ich irgendwie klasse. Keine Riesenräder, kein Bungee-Jumping. Es ist einfach Musik, Musik, Musik. Und das finde ich toll. Und auch jetzt wirklich das Line-Up ist ja wirklich was für Musikliebhaber, ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eben drauf geguckt, habe gesehen, Steve Earle spielt vor uns. Und naja, das ist schon was Besonderes. Ich glaube, das gucke ich mir an. Aber nonsten, ich bin nicht so offen im Laufenden. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Sven, weißt du mehr? Ja, es ist halt ein sehr, sehr, sehr ausgebautes Programm. Es ist einfach von allem viel da. Und wie gesagt, der einzige Grund, hierherzufahren, ist Musik. Weißt du, du sagst nicht, ich fahre hierher wegen einer tollen Party oder so. Die gibt es sicher auch. Aber man merkt, das ist ein Festival, das sehr schön um Musik geht. Und das ist immer sehr angenehm, so wie das Haldern-Festival auch und solche Sachen, die also weniger von diesem reinen Party-Ding haben, sondern also mehr mit Musik noch zu tun. Und das finde ich ja nicht gut. Das ist natürlich für einen Musiker sowieso immer besser. Weil da freut man sich natürlich, wenn das diesen Stellenwert hat. Aber man merkt es ja auch an dem Publikum, die nämlich hier hinkommen. Es sind natürlich jetzt nicht unbedingt die 16-, 17-Jährigen, die halt auch auf Party aus sind, sondern, ich sag mal, unser Alter findet sich halt auch hier wieder. Und findet dieses Konzept natürlich halt auch klasse. Man muss halt auch nicht zelten. Ja, das ist ja klar. Ich würde das auch nicht mehr machen. Das ist halt ganz ehrlich. Und das ist halt auch gut. Das ist dann auch der Punkt, dass man Festivals machen kann, ohne dass man das auf sich nehmen muss. Denn es ist ja nichts Falsches daran, dass man mit 40, 50 Jahren auf ein Konzert geht. Oder auf Festivals geht. Und das finde ich gut. Und gleichzeitig ist es aber eben nicht so eine bestuhlte, gesetzte Sache, sondern du hast eben dieses Zelt und du hast die Stimmung und Leute stehen da und es geht irgendwie gut. Finde ich stark. Jakob, du hast gesagt, du freust dich darüber, dass wir uns jetzt hier mal wenigstens mit Blick aufs Meer treffen. Wärt ihr wirklich sonst nicht auf die Idee gekommen, einen Strandspaziergang oder so zu machen? Freut ihr euch, wenn ihr als Band zusammen seid und dann wirklich auch zusammen abhängt? Nein, das bezog sich eher auf eine Lethargie, die sich einstellt. Ich glaube, vielleicht wie so ein pavlovischer Reflex. Man steigt in den Bus und egal, ob man jetzt drei Wochen unterwegs ist oder nur für ein Konzert. Man fährt nach 30 Jahren, du fährst einfach in so einem Modus und da kann es ja einfach passieren. Du kommst irgendwo hin und hast wirklich nichts gesehen. Und das ist kein böser Wille oder es ist ja auch keine Ignoranz der Umgebung. Das ist ja was sehr Schönes, aber das ist einfach vielleicht diesem Reflex geschuldet. Ja, dass man da, ja, und es ist ja auch, der Fokus ist ja das Konzert. Es geht ja nicht darum, wir fahren ja hier nicht in Urlaub. Wir fahren, um Konzert heute Abend zu spielen. Und letztendlich, ich glaube, es mag noch so langweilig sein und Leute sagen, warum hast du nichts gesehen, warst doch da. Aber das hilft ja alles, das ist ja auch eine Fokussierung letztendlich. Auf das, was dann passiert, ja, in diesen anderthalb Stunden, wenn wir spielen. Also insofern ist da auch nichts, ist das nichts Schlimmes oder irgendwie was. Ist ein bisschen langweilig für einen, aber das muss, denke ich, auch so sein. Ja, ich kann mich nicht entspannen im Vorfeld von dem selben Tag vor so einem Konzert. Kann ich nicht, sondern ich muss mich darauf irgendwie, ich habe das Gefühl, konzentrieren. Und das bedeutet halt, ich kann zwar hier rumlaufen, aber ich sehe eigentlich nichts. Weißt du, insofern ist das jetzt hier so, ja, kann man, haben wir mal gesehen. Also immerhin. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ja, wunderschön, dass ihr auf jeden Fall wieder hier seid. 30 Jahre Element of Crime, kriegen wir ein Best-of zu hören. Steht die Setliste für heute? Naja, wir haben eine neue Platte letztes Jahr rausgebracht. Da werden wir natürlich vor allen Dingen auch viele neue Songs spielen, aber auch ein paar, die wir lange nicht gespielt haben. Hat sich so ergeben. Aber das ist eh klar, wenn man über 150 Songs hat oder so und 12 oder 15 oder 20 spielt, dann ist klar, dass da ja ein paar dabei sind, die man vielleicht lange nicht mehr gehört hat. Für uns ist das jedenfalls auch gut, weil man hat immer die Möglichkeit, Abwechslung zu schaffen. Das ist toll.